Hallo meine Lieben, willkommen wieder zu einem neuen Video. So, und bevor aber das Video losgeht von mir, mache ich mit euch erstmal ein Gewinnspiel, weil ich weiß ja alle, wie ihr gewinnspielen mögt. So, und heute gibt es für meine Abonnenten etwas zu gewinnen, und zwar ein Stück Brot, meine Freunde. Ein Stück Brot könnt ihr heute bei mir gewinnen, und wie ihr heute daran teilnehmt, ganz einfach, ihr müsst nur einen Kommentar unter diesem Video schreiben, und mit jedem Kommentar nehmt ihr an diesem Gewinnspiel teil. So, aber nun zurück zum Video. So, aber vorab, hinter der Kamera steht heute HOT, denn, äh, ja, einer muss ja die Kamera halten. Hallo? Ja, so, aber jetzt wieder zu mir, und zwar ganz einfach gesagt, ich habe euch ja gefragt, letztes Mal auf Instacraft, äh, ob ihr Fragen an mich habt, und da hat wirklich einer geantwortet, das finde ich ja ganz toll, und er hat geschrieben, was ist dein Lieblings-Tandwich? Ja, und das kann ich noch eins beantworten, ich esse mal das, was HOT mir macht, und ich weiß noch gar nicht, was er mir macht, und da müssen wir einfach mal gucken. HOT, was machst du mir heute? Weiß ich noch nicht, guck mal, was noch im Kühlschrank ist. Okay, so, äh, ja, da müssen wir noch ein bisschen gucken, das würde ich mal sagen, machen wir im nächsten Video. So, und dann war's das auch, und jetzt weiß ich gar nicht mal, was ich hier sagen soll. Hm, naja, gut. So, und dann würde ich sagen, dann weiß ich das Ganze hier, vergisst mich nicht auf Instagram noch zu abonnieren und zu folgen, und ansonsten verlinke ich euch hier noch ein Video, wo HOT zu sehen ist, da bin ich auch dabei, ist ganz toll, das Video. Einfach nur raufklicken, und dann kommst du dazu. So, ansonsten war's das hier Ganze, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, meine Lieben, und tschüss. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.